Das ist ein kleiner Schritt für Mann, ein größerer Lepp für Mensch. Oh, 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 boy. Houston, we have a problem. Oh, mein Gott, ihr habt Red Bull getrunken, der verleiht doch Flügel. Und was jetzt? Na, gar nichts. Ihr kommt zurück und wir drehen das Ganze hier unten im Studio nach. Okay. Vielen Dank.